Hallo und herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo. Mein Name ist Nick und das heutige Thema lautet das Volumen des Quaders. Bevor wir uns auf den Quader stürzen, wiederholen wir nochmal den Flächeninhalt eines Rechtecks. Ich habe euch hier ein Rechteck mit der Seitenlänge A von 5 cm und der Seitenlänge B von 4 cm vorbereitet. Die schlauen Köpfe haben vielleicht bereits im Kopf gerechnet, dass der Flächeninhalt dieses Rechtecks 20 cm² betragen muss. Wie kann man das berechnen? Zur Wiederholung, man berechnet die eine Seitenlänge mal die andere Seitenlänge. Also in diesem konkreten Fall 5 mal 4, das ist 20 und deswegen ist der Flächeninhalt von diesem Rechteck 20 cm². Was war da eigentlich die Idee dahinter? Warum darf man das einfach so multiplizieren? Die Idee ist, dass wir diese Fläche mit Einheitsquadraten bedecken. Zur Wiederholung, Einheitsquadrate, das sind Quadrate mit einer Seitenlänge von einem Zentimeter. Und wir schauen jetzt, wie viele von diesen Quadraten in diese Fläche passen. Zuerst also untersuchen wir, wie viele in die Länge passen. Also wie viele Quadrate kann ich hier in die Länge hineingeben. Eines ist schon da. 2, 3, 4, 5. Ich habe also 5 Quadrate, die ich in diese Länge hineinbekomme. Und dann überlege ich mir, wie viele ich in die Breite hineingeben kann. Eines ist schon da. Ich habe noch ein zweites, ein drittes und ein viertes Quadrat. So, und jetzt kann man natürlich abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, es würde viel zu lange dauern, die alle abzuzählen. Denn, stattdessen multiplizieren wir einfach, wenn hier 5 Quadrate sind und hier 4 Quadrate sind, dann müssen das hier 20 Quadrate sein. Und deswegen kann man sagen, der Flächeninhalt von diesem Rechteck beträgt 20 Quadratzentimeter. Ja, das war jetzt alles nur eine Wiederholung. Das wissen wir doch alles längst. Wie schaut das Ganze aber jetzt in einem Quader, also dreidimensional aus? Ich habe bereits verraten, wir werden uns in einen dreidimensionalen Raum begeben. Das heißt, wir haben jetzt keine Fläche vor uns, sondern unser Quader ist ein dreidimensionales Objekt. Wir einigen uns darauf, sichtbare Kanten werden durchgezogen und verborgene Kanten, die sind strichliert. Warum ist jetzt aber die auch strichliert? Weil hier noch ein Deckel drauf ist und den geben wir jetzt einfach mal weg. Wir überlegen uns also jetzt, wie viele Einheitswürfel passen jetzt in diese Box hinein. Warum habe ich jetzt Würfel und keine Einheitsquadrate? Naja, nachdem unsere Box dreidimensional ist, braucht natürlich auch ein dreidimensionales Objekt, das wir hier hineingeben. Unser Einheitswürfel hat noch immer eine Kantenlänge von einem Zentimeter. Wir überlegen uns also noch immer, wie viele passen davon in die Länge? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wie viele Würfel passen in die Breite? Eins, zwei, drei und vier. Jetzt kommt noch hinzu, dass wir uns auch überlegen müssen, wie viele Schichten davon wir hineingeben können. Denn jetzt haben wir ja eigentlich den gleichen Fall wie vorhin. Doch jetzt müssen wir auch noch dreidimensional, also auch in die Höhe arbeiten. Wir möchten also wissen, wie viele Schichten von diesen Würfeln hier hineinpassen. Eine Schicht ist schon da, hier habe ich noch eine zweite Schicht und eine dritte Schicht passt auch noch hinein. Das heißt, jetzt könnten wir uns wieder überlegen, wie viele Würfel hier hineinpassen, indem wir die Würfel alle einzeln abzählen. Das wäre super mühsam. Stattdessen aber, weil wir ja bereits multiplizieren können, können wir ganz einfach sagen, wenn das hier fünf Würfel sind, das vier Würfel und das drei Würfel, dann können wir ganz einfach multiplizieren. Fünf mal vier mal drei und das ergibt 60. Also man kann auch sagen, wir berechnen die Länge mal der Breite mal der Höhe und erhalten so das Volumen des Quaders. Dieser Quader, diese Box, hat also ein Volumen von 60 Kubikzentimetern. Bitte aufpassen bei den Einheiten, hier wäre es falsch zu sagen 60 Quadratzentimeter. Wir müssen hier auf jeden Fall Kubikzentimeter sagen, da wir hier natürlich eine Volumeneinheit haben, weil wir ja auch hier im dreidimensionalen Raum sind. Soviel zur Einführung des Volumens eines Quaders.